Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja, die Sonne am 4.6.2024. Sehr ruhig geht es momentan zu, obwohl wir relativ viele Sonnenflecken haben, die wir beobachten können, aber keiner dieser Sonnenflecken entscheidet sich für irgendetwas. Und die letzten 48 Stunden haben auch gezeigt, dass unsere Favoriten, also ehemals AR3663 und auch AR3664 Flecki, sein Spitzname, dass die auch nichts mehr machen. Das heißt also AR3663 ist mittlerweile schon überhaupt nicht mehr vorhanden. Der hat sich quasi kurz mal verabschiedet für die nächste Runde sozusagen und unser AR3664 hier unten. Der ist jetzt mittlerweile auch auf dem absteigenden Ast. Das heißt also, die Komplexität nimmt ab und das bedeutet, dass hier auch die Wahrscheinlichkeit für sehr große Ausbrüche wesentlich zurückgegangen ist. Man kann ihn unter diesen ganzen Sonnenflecken schon fast gar nicht mehr erkennen. Nur wenn man weiß, dass er das ist, könnte man schon fast Verwechslungsgefahr sich hier aneignen und sagen, jetzt warte mal, wo war denn der überhaupt? Sind das die da jetzt oder war das der da? Das heißt also, ja, eine Entwicklung, die uns zeigt, dass momentan sehr viel Dynamik da ist auf der Sonne. Das heißt, das sehen wir auch bei diesen Sonnenfleckengebieten hier. Die haben schon eine gewisse Entwicklung. Das heißt also, ja, da bilden sich dann zwei Zentren und das ist auch immer gut für einen Ausbruch. Denn wenn wir mal ganz kurz hier eine andere Ansicht verwenden, dann können wir uns auch angucken, wie sich die so entwickeln in dem Energiebereich. Das heißt also, da passiert schon was. Interessanterweise gibt es auch Verbindungen zu AR3664. Das heißt also, diese beiden Sonnenfleckengebiete, die mittlerweile auch neue Namen haben, die ich momentan leider nicht parat habe. Da habe ich jetzt vorher nicht nachgeguckt. Vielleicht wisst ihr ja, wie die beiden hier heißen. Da könnt ihr gucken und zwar zum Beispiel bei spacewerfer.com, dort sind die dann benannt. Und wie immer, die werden nacheinander benannt. Das heißt also, wenn jetzt hier plötzlich einer entsteht, wie der hier, der ja vorher gar nicht da war, dann bekommt er trotzdem einen neuen Namen. Ja, also eine neue Bezeichnung. AR363701 vielleicht. Da könnte man jetzt noch mittlerweile sein. Das heißt also, jetzt geht es dann schon in die 3.700er rein, also bezüglich der nachfolgenden Benennung von Sonnenflecken. Das Interessante allerdings bei diesem Dreiergespann jetzt hier, ist die Interaktion zwischen diesen Sonnenflecken. Das heißt also, die sind zwar getrennt voneinander, kann man sagen, also zumindest räumlich getrennt, aber sie haben trotzdem Magnetfeldverbindungen. Ja, das sieht man hier sehr deutlich zwischen dem unteren, unserem 3664 und dem oberen hier. Und da werden Ladungen ausgetauscht. Das kann natürlich auch zu einem Ausbruch führen. Und was es auch führen kann, ist zu einer weiteren Entwicklung in diesem Bereich. Das heißt also, momentan haben wir diese Flecken ja relativ weit voneinander getrennt. Aber wenn wir uns die grundsätzliche Dynamik mal ein bisschen näher anschauen, dann sehen wir, dass schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit herrscht zumindest, dass die dann noch ein bisschen näher zusammenrücken. Muss man mal schauen. Es kann auch sein, dass sich hier nochmal ein Sonnenfleck bildet und dann wird es interessant, wenn die dann so nah beieinander sind, dann agieren sie mehr oder weniger wie ein großes Sonnenfleckengebet. Momentan scheint das noch nicht so zu sein, denn die Verbindungen sind zwar da. Das heißt also, lässt du mich jetzt das auswählen? Nein, manchmal mag er nicht. Jetzt. Das heißt also, diese Verbindungen, Magnetfeldverbindungen, die hier herrschen, können auch eine Auswirkung auf die Entwicklung dieser Sonnenflecken haben. Unter anderem auch Ausbrüche triggern. Muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, kann man momentan noch nicht sagen. Aber wie gesagt, eine generelle, zumindest was die Ausbrüche betrifft, eine ruhigere Phase auf der Sonne. Das sehen wir auch, wenn wir ganz kurz das hier nochmal anschalten. Ja, wenn das funktioniert. Jetzt auch. Ab und zu mag er mich nicht, der Jay Helio Viewer. Im Übrigen also dieser Jay Helio Viewer wieder unten in der Videobeschreibung als Link. Das Ganze ist von der ESA. Ein absolut tolles Tool, um sich das Ganze hier anzuschauen. Und ja, wir sehen hier eine grundsätzliche Aktivität in diesen Sonnenflecken. Aber es gibt eben momentan keine größeren Ausbrüche. Das heißt, wir haben Ausbrüche, wie zum Beispiel den hier. Hier sieht man das sogar sehr deutlich. Und da wird Ladung dann auch transferiert in unseren unteren Sonnenfleck, in AR3664. Und dann gibt es auch dort einen Ausbruch. Das heißt also, man kann jetzt auch sehen, dass die miteinander sympathisch agieren. Das heißt, dass sie sympathische Verbindungen haben. So heißt das tatsächlich. Und das kann schon dazu führen, dass da auch ab und zu mal was getriggert wird und Ausbrüche entstehen können. Was wir momentan nicht haben, ist, dass wir auf der Seite, also auf der Seite hier jetzt ein Sonnenfleckengebiet haben, was sich jetzt momentan so reindreht mit der Sonne. Es gibt zwar Anzeichen, dass dort hinten etwas ist. Ja, das heißt also hier in dem Bereich gibt es ein Anzeichen, dass hier ein Sonnenfleckengebiet existiert. Das muss man sich noch, also das glaube ich, ist allerdings eher koronales Loch, was wir hier haben. Aber hier in dem oberen Bereich sehen wir, gibt es schon einige Magnetfeldlinien, die darauf hindeuten, dass da tatsächlich auch Sonnenfleckengebiete momentan auch eine gewisse Entwicklung durchmachen. Vor allem dieses Gebiet hier dürfte interessant werden, weil sich das gerade entwickelt. Da sehen wir auch, wie hoch diese Magnetfeldlinien, also das Plasma hier rausreicht. Und ja, das könnte jetzt auch nochmal was Interessantes werden. Aber generell die Sonne, was Ausbrüche angeht, momentan ein bisschen schwach auf der Brust. Das heißt also, wir hatten jetzt heute in der Nacht G1, soviel ich gesehen habe. Da gab es auch in den USA, im äußersten Norden, Polarlichter. Allerdings nur sehr kurz. Und momentan definitiv nichts auf dem Weg Richtung Erde. Also keine Ausbrüche, die jetzt stattgefunden hätten, die Plasma in unsere Richtung befördert haben. Und deswegen auch keine Wahrscheinlichkeit für zum Beispiel Polarlichter in den nächsten Tagen. Definitiv nicht. Und kommt jetzt alles drauf an, ob hier AR3664 tatsächlich nochmal einen Ausbruch produziert. Momentan schaut es allerdings nicht danach aus. Das heißt also, die Entwicklung dieses Sonnenfleckengebietes ist rückläufig, was die Möglichkeiten angeht. Und deswegen hier in dem Bereich wahrscheinlich nichts mehr. Er löst sich einfach momentan auf. Das muss man so sagen, wie es ist. Er wird wohl nicht mehr zu Alterstärke zurückkommen. Da müsste jetzt schon etwas ganz Außergewöhnliches passieren auf der Sonne, dass das nochmal funktionieren würde. Gut, die Sonne ist immer wieder für Überraschungen gut. Aber man muss natürlich auch die Realität sehen, so wie sie ist. Das heißt also, wir werden uns wohl von diesem Sonnenfleckengebiet verabschieden müssen als potenziellen Ausbruchskandidaten. Und wir werden uns dann darauf konzentrieren müssen, was auf der Sonnenoberfläche generell passiert, was in unsere Richtung zeigt. Und vor allem, was vielleicht jetzt auch von der Seite hier nochmal reinkommt. Es gab ja auf der Rückseite, also abgewandten Seite der Sonne, einen X-Flair, der verwechselt wurde mit einem, der in unsere Richtung geht. Und gab es auch kurzzeitig mal so die Vermutung, es könnte ein G3-Sturm auf dem Weg zu uns sein. War es dann allerdings nicht. Und das Gebiet könnte natürlich theoretisch auch wieder reindrehen irgendwann mal. Aber momentan tatsächlich eine sehr ruhige Phase, wo wir uns ein bisschen zurücklehnen können, damit wir uns eben auf die nächsten interessanten Phasen vorbereiten können. So meine Lieben, jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020